Es folgt der Lauf 14 auf der Bahn 1, Link Brede, Bahn 2, Nachman Ubi, Bahn 3, Milone, auf der Bahn 4, die erste im deutschen Jahrgangspreis besser, Vincent Pasek, auf der Bahn 5, Elisanto Pasek, auf der Bahn 6, Ubi Bauer, auf der 7. Daniel Kütze, und auf der Bahn 8, Kai Strafmann. Vielen Dank.